Der Morgen bricht an am geheimnisvollen Strand, am geheimen Strand, den kennt nur Mrs. Safe. Da heilen wir uns wieder. Jetzt haben wir hier nochmal einen Aussichtsturm, wir haben den Strand noch gar nicht erforscht. Klettern wir hier mal drauf. Oh, da ist Essen für uns. Dieser Apfel sieht köstlich aus und ihr Magen knurrt schon wieder. Stecken wir auch ein. Springen einfach so runter, da haben wir nicht mal eine Lade-Sequenz. Oh, das ist noch ein Häschen. Wir erkennen also den Strand und er kennt sie ja auch, das ist unser Abenteurer, Benedikt. Ich kam den ganzen Weg hierher, um nach Abenteuern zu suchen, beeindruckt. Vielleicht klettere ich auch hinter diese Klippen, willst du mir folgen? Nee, das ist gefährlich. Oh, ist es das? Ernsthaft? Äh, dann vielleicht doch nicht. So, jetzt haben wir ihm den Mut genommen, es tut uns irgendwie leid. Ich kam den ganzen Weg hierher, um nach Abenteuern zu suchen, beeindruckt. Vielleicht klettere ich auch hinter diese Klippen, willst du mir folgen? Ja, ich bin auch neugierig. Ich würde gerne, aber es ist wirklich hoch. Ah, du hast recht, das ist selbst für mich zu hoch. Ich frage mich, ob ich etwas tun kann. Vielleicht, wenn ich eine Kiste unten auf den Boden stelle. Warte hier. Alles klar, also, wir wollen hier nach oben. Wir brauchen die blaue Kiste, da kommen wir ja nicht hin. Also muss es hier irgendwo noch eine geben. Wir wissen auf jeden Fall, wir sind hierher gekommen, haben eine blaue Kiste geschoben. Da führt der Weg auch hoch, da sind Felsen, wieder eine Lohrenfahrt, da ist ein Schlafplatz auch für uns. Und danach haben wir gesucht die blaue Kiste, jetzt müssen wir sie nur irgendwie runterschieben. Das ist sehr hakelig. Die fällt jetzt von selbst, hoffe ich. Nö, die steckt fest. Oh weia. Das stellt uns jetzt tatsächlich für Herausforderungen, wenn nämlich die Kiste hier nicht wieder an ihrem ursprünglichen Platz landet. Vielleicht, wenn wir uns hier ganz sanft fallen lassen. Wir haben sie mit uns gezogen. Wir laufen immer daran vorbei, das ist echt extrem blöd. Jetzt ist es am Strand, da gibt es keine Hindernisse, jetzt müssen wir einfach nur irgendwie geradeaus kommen. Immerhin wird uns dann nichts mehr blockiert. Vielleicht schaffen wir das noch, bevor ihr hier ins Bett geht. Bezweifle es, wir hängen fest, ich weiß nicht warum. Wir kommen hier nicht weiter. Jetzt will sie. Nicht unbedingt das beste Minispiel. So, jetzt haut er ab, toll. Das heißt, wir werden einmal kurz bis zum Morgen schlafen. Aber wir konnten mal entdecken, wo die Hasen hier durchkommen. Alles klar, also die können hier durch diese Bergwerkparadiese durchhoppeln. Kürzen ja natürlich den Weg ab, damit haben sie keine Wegfindungsprobleme. Einmal kurz pennen, gute Nacht, ich hoffe du hast süße Träume. Und Annika ist wieder fit, jetzt geht das Abenteuer weiter. Wir haben uns die ganze Nacht um die Ohren gehauen, wie es jetzt über die Ohren weitergeht. Stellen uns hier hin, warten einfach bis er kommt, da ist er. So, ich hoffe das passt, dass die schon steht. Oh, du hast eine Kiste mitgebracht. Aha, jetzt kann ich hier hinauf gelangen. Alles klar, ich gehe voraus und werfe die Kiste runter. Auf diese Weise kommst du auch hoch. Ja, großartig, viel Glück, Benedikt. Benedikt hat es auf die Spitze der Klippen rauf geschafft, gut gemacht. Und er hat tatsächlich die blaue Kiste runtergeworfen, wir sehen es hier. Er hat an uns gedacht, super Hase. Oh, wir sind den ganzen Weg hier hoch gelangt, aber brauchen noch einen richtig hohen Sprung, um auf die andere Seite zu gelangen. Ja, wie schade. Ich frage mich, ob ich es dennoch schaffen kann. Ja, das kannst du. Oh, super Annika. Oh ja, nimm das, es kam unten einer dieser Kisten hervor. Oh, was ist das, was ist das? Du hast einen mysteriösen glänzenden Papierfetzen erhalten, ein mysteriöser Papierfetzen mit glänzenden Mustern darauf. So, Benedikt ist glücklich, ich kann nicht glauben, dass ich so weit gekommen bin, ich bin der Beste. Aber nicht ohne unsere Hilfe. So, wir haben schon mal den Rand fertig gepuzzelt. Der Rest fehlt uns noch. Also wenn wir hier Aufgaben für die kleinen Hoppelhäschen erfüllen, dann kriegen wir hier weitere Stücke. Heißt, wir halten die Augen offen. Vielleicht wenn wir es so machen. Reicht gerade so. Also unsere Skills, da kann leider der Benedikt dieses Mal nicht mithalten. Er kann nur hoch springen, aber nicht weit. Wir stellen uns hier an den Heilkristall. Da haben wir hier zwei Objekte. Mysteriöser Obelisk heißt es hier. Biete einen Text an, der Hinweise enthält. Habe ich das? Einen Text, der Hinweise enthält? Nee, wir haben keinen. Lieber nicht, er ist irgendwie verdächtig. Aber der mysteriöse Obelisk sagt, biete einen Text an, der Hinweise enthält? Habe ich das? Einen Text, der Hinweise enthält? Wir bieten mal einen Text an. Ich habe nichts, das passt. Das könnten eventuell diese Papierfetzen sein. Da ist ja auch irgendwas darauf geschrieben. Wir merken uns mal die Stelle. Eventuell schaltet das hier irgendwas frei, wenn wir hier alle zusammen haben. Das hier ist ein Merkmal. Ein Merkmal für all diejenigen, die beim Sinken der Speaker verloren gegangen sind. Aha, das könnte ebenfalls mit dem Untergang dieser Fähre zu tun haben. Weit Wasser, wohin das Auge reicht.